Motherfucker! Motherfucker! So, komm her! Du Lappen, Alter! Rrrr! Rrrr! Okay, die wären down! Schutzweste gab's auch nochmal hier! Freilich, Leute! Wow! Alter Schwede, Alter! WTF, Alter! Die ziehen richtig viel Schaden ab! Der ist gar nicht so dumm, wie er aussieht, Alter! Ah, fuck, Alter! Ich muss Deckung nehmen! Kann ich hier rumschießen, irgendwie? Da ist noch einer! Okay, ich kill erstmal den jetzt! Bei mir auch gerade! Ey, guck dir, wie die sich anstellen! Die wissen immer, wann ich schießen will, Alter! Komm jetzt! Komm doch mal raus! Sonst schieß ich auf deinen Arm, auf deine scheiß AK, Alter! Komm raus! Und ich finde, die KI ist auch ganz schön, Alter! Auf jeden Fall! Muss man schon sagen! Ja, kannst du dich jetzt mal rausbewegen, Alter! Ich weiß, wenn ich da reinlaufe, dass ich direkt tot bin, ja! Deswegen mach ich's erst gar nicht! Okay, da hab ich ihn getroffen! Das ist schon mal neid! Ja, kommst du jetzt mal! Äh, Leute! Soviel zum Thema zerstörbare Gegend! Leute, seht euch mal diesen Kasten an, okay! So, ich schieße jetzt mal hier hin! Mein Gott! Ne, 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 warte mal hier hin! So, hier hin! Hier hin, ja! So! Was?! Was?! Alter! Willst du mich verarschen?! Willst du mich verarschen?! Dachte ich mir doch, dass du das sagst! Ey, komm, fick dich, Junge, Alter! So! Wie stark die sind, ey! Nicht mehr normal! Ey, wie hat der mich getroffen? Ich hab da gar keinen gesehen, Alter! Alter! Den hab ich auch nicht gesehen, richtig! Leute, das macht natürlich so viel Sinn! Also, hier kann man alles zerstören! Also, von der Kiste und auf der anderen Seite nicht! Macht natürlich sehr viel Sinn! Und das nennt man zerstörbare Gegend, Freunde! Richtig! Ja! Typisch Rockstar! Egal! Rockstar halt, ne! Was soll man sagen?! Obwohl sie eigentlich geile Spiele machen! Alter! Fick dich doch mal jetzt, Alter! Wie die mich immer killen fast, Alter! Nicht mehr normal! Ey, ich bin gleich tot! Das war's! Ey, ich glaub, du musst besser aufräumen, weil... Ah, da gibt's... Okay, gut! Gesundheit ist hier auch am Start! Ich dachte gerade, Alter! Ich hab nur noch zwei Leben! Ich hab nur noch zwei Leben! Ja, und ich... Das ist mein letztes jetzt! Wenn ich's jetzt verkacke, Alter, dann war's das! Echt? Jetzt schon? Ja, ist so! Ich bin vorhin einmal gestorben, da, äh... Keine Ahnung, wo wir mit dem Teil rumgefahren sind, mit dem Auto... Ah, genau, genau, ja! Und jetzt gerade eben nochmal, das wär dann das letzte Mal! Warte mal, ich... Ich komm hoch! Hoch, ja, um dir zu helfen! Okay, warte! Ey, yo! Irgendwie hab ich voll... Voll... Auf den... Auf den Bürger bekommen, ey! Willst du mich... Junge, geh doch weg! Fuck! Leute, seht euch mal wieder auf dich an! Helf mir, helf mir, helf mir, alter! Ich bin nicht... Guck mir mal mein Leben an, Alter! Boah! Die sind auf der anderen Seite! Guck doch einfach auf die Karte! Äh, räum... Räum mir mal weg, Alter! Kill die, ey! Nicht mal nochmal, wie die mich gedownt haben, Alter! Was?! What the fuck, du bist tot! Ey, nicht dein Ernst, oder? Guck... Alter! Fuck! Wie schnell! Ich konnte nicht mal schießen, Alter! Na, haben die mich gekillt! What the fuck! Alter! Ich bin das gar nicht mehr gewohnt, Alter! Ich... Boah! Wie schnell, Alter! Trotzdem 2400 Punkte abgesahnt! Geht ja eigentlich noch! Eindeutig! Aber trotzdem... Irgendwie... Ich bin zu offensiv vorgegangen! Ich weiß nicht! Sollen wir... Wollen wir einen Schnitt machen oder... Weiter aufnehmen? Nö, machen wir weiter! Ich schneide das dann sowieso in 15 Minuten Parts oder so! Egal! Okay! Warten wir mal wieder Bombenanschlag! Wir wollen das dann natürlich vollenden, ne? Bevor wir in die nächste Szene geraten werden! Ja! Weil, ähm... Das ist echt nicht mehr normal, Alter! Boah! Guck mal, äh... Ich hatte halt kein Leben mehr, ja? Und, ähm... Das ist auch ein bisschen scheiße gemacht, weißt du? Die sind da um die Ecke, ja? Und wenn du anvisierst, dann, äh... Dann siehst du die nicht immer, Alter! Die kommen einfach um die Ecke und ballern dich ab! Und die sind richtig stark! Das ist nicht mehr normal, Alter! Früher haben wir es aber auch geschafft, auch schwer, Alter! Das weiß ich noch! Ja, äh... Genau, genau! Ich muss halt einfach wieder reinkommen! Das ist das, äh... Problem, ja? Das müssen wir wieder schaffen! Zumindest ich halt, weil... Ich... Ich muss mal wieder in die Steuerung reinkommen! Ihr wisst ja Bescheid! Ja, genau! Far Cry 3 sag ich da nur, deine... Also dein Let's Play! Ja, genau! Naja, weil ich da... Ich hab da meistens so... So dreieinhalb Stunden aufgenommen, Alter! Da hab ich richtig gezockt, Alter! Nicht mehr normal, ja? Und da hab ich die Parts nur so rausgehauen, ja? Wie... Alter, das war der Hammer! Auf jeden Fall war es halt so, dass ich so viel aufgenommen hab, dass ich einfach mehrere Tage nicht aufnehmen musste, ja? Und somit, ähm... Alter! Ab bis bald! Ähm, ja, auf jeden Fall! Ähm, ich hab halt so viel aufgenommen, dass ich, ähm... Mehrere Tage nicht aufnehmen musste! So! Und dann, äh... Hab ich halt andere Spiele noch gleichzeitig gezockt und deswegen hab ich halt gemeint, dass ich nochmal in die Steuerung reinkommen muss, ja? Weil ja jedes Spiel eine andere Steuerung hat! Und warum... Alter! Könnt ihr mal sterben, ja? Ey, wie viel fressen denn die... Boah! Ohne Scheiß, ey! Das ist recht! Nicht mehr normal! Komm jetzt! Komm jetzt! Steig da hoch! Ey, die fressen die Kugeln, als wären's Zuckerstücke, Alter! Standard halt! Bedeutig! Nicht mehr normal! Sag draufhalten! Einfach draufhalten! Jawoll! Okay, stopp! Es reicht! Junge, es reicht! Sonst explodiert er wieder! Warte! Der ist schon! Nee, nee! Den Besitzer... Den Besitzer wollte ich noch killen! Oh, der steht ja hinten dran! Weil... Ja, lol! Da! Kill den! Kill den! Ja, ja, ja! Ja, ja! Problem war, dass, äh... Ich den nicht gesehen hab! Weil, äh... Der war halt, äh... Rechts! Ah, da, da... Ich kann nicht... Ich kann nicht einsteigen, weil die Bullen da... Äh... Hinter uns sind! Na jo! Guck, der war... Der Typ da! Der war rechts, ja! Und ich konnte den nicht sehen! Das war das Problem, leider! Aber egal! Du hast ihn ja dann gedowned! Das war dann auch sehr nice! Lol, wie ich sie wegramme, Alter! Einfach mal so easy gechillt hier! Äh... Wir... Wir rammen die Bullen... Äh... Als wären es Ameisen! Ja, ist so, Alter! Die können ja gar nichts hier! Die sind richtige Lappen! Richtige Schmierlappen! Hehehe! Schmierlappen, ey! So! Und ich hab auch wieder Frame-Einbrüche! Das ist ja Standard bei mir, wisst ihr ja! Ja, auf 20 FPS! Aber ist mir eigentlich egal! Hehehe! Läuft auf jeden Fall, ja! Hehehe! Läuft bei dir! Läuft bei dir! Hehehe! Läuft bei dir, Kay! Hehehe! Achja! Und, äh... Bushido hat ja ein Rap-Disc... Äh... Disc meine ich schon! Rap-Disc... Disc-Track! Ja, ja! Ja, genau! Disc-Track! Genau das! Hat gegen K1 gemacht! Und, äh... Ich würd' sagen... Ordentlich! Ja! Mission gelungen, ne! Hat auf jeden Fall sehr geil gemacht, muss man sagen! Bushido ist eh eine Klasse für sich, muss man sagen! Ja! Hier in der Rap-Szene ganz klar! Richtig weit vorne, ja! Finde ich! Zehn... Zehn Minuten voll Stoff, Alter! Nur noch... Nur noch Disc gegen, äh... K1, ja! Ist so, Alter! Wie findest du denn eigentlich, also Bushido? Der kann's, gell! Der kann es einfach, finde ich! Ganz gut, finde ich den! Ganz gut! Ja! Boah! Aber ich bin... Ich bin ein wenig müde, ey! Irgendwie! Keine Ahnung warum, ey! Ja, passiert! Kann man nichts ändern! Boah! Ey! Aber... Ich hoffe... Ich hoffe, ich kann noch fliegen, ey! Das Witzige ist ja... Ich... Guck mal... Ich hab ne High-End-Karte, ne? Und, ähm... Trotzdem lag dieses Spiel immer, Alter! Ist nicht normal, Alter! Immer! Naja, was soll man machen, ne? Leider schlechte Portierung! Und da rasiert er erstmal das Haus, aber... Leider... Vergebens! Scheiße! Wow! Pass! Junge! Chill dein Leben, Alter! 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 Der piepst schon, Junge! Musst du aufpassen, mein Freund! Alter! Ich bin... Total müde, ey! Irgendwie! Ja, warum, Alter! Schule! Wir haben noch erst 23, kurz 22, Alter! 22?! Jo! Läuft bei dir! Läuft bei uns! Läuft bei dir, Kay! Alter, wie... Okay! Platziere den Sprengstoff! Warte mal, warte mal, warte mal! Wir machen mal, wir machen mal, äh... Base... Base Jumping, ja? Okay! So, ich flieg mal hoch in die Lüfte und danach, äh... Dann, dann zähle ich bis drei, dass wir dann, äh... Jumpen! Ja, okay! Machen wir! Warte kurz! Das geht mir... Ja, noch viel mehr, warte! Ja, aber pass auf, dass wir nicht auf den Boden klatschen, weißt du? Ja, ja! Alles geplant, alles geplant! Ja, ja! Korsil hat alles unter Kontrolle hier! Haha! standard! Höher... höher, können wir nicht, glaube ich... Okay, let's go! Komm! 1... 2... 3... Yeah! Und ich bin schneller! D Ordentlich, Alter! Wie er sich dreht hier! Und... Baevs... ... da lege ich im Wasser! Ams Meer! Und die Feinde fangen direkt an zu schießen! Obwohl sie uns nicht mal sehen, richtig! Aber egal! richtige idioten okay warte wo müssen wir sollen wir die wegsnipern hier von diesen von diesen dingern hier von diesen container ja das wäre glaubt die beste idee eindeutig moment vor allem können wir auch nicht treffen ja wir haben ja auch sowieso eine gute position und da damit können wir dann einfach wegs sniper action hier so okay dann mal hoch hier ja kannst du mal hoch also der will bei mir nicht hoch jetzt alter aber ein typ hat sich gerade ein bisschen rasiert naja er hat auch folgt da gibt es ja auch rasierer dabei so jetzt kommen lassen wir die mal rasieren hier ich rassiere sie weg graviert ich sehe sie nicht mal da willst du mich verarschen irgendwie fail wo siehst du die ich sehe ja gar keine gegner ja mach du das mal mach das mal ich sehe er irgendwie keine aber gut so wir holen halt dann halt dann halt dann halt dann okay okay lasst mich fahren okay kann ich fahren was mich vor die gar nicht genau alter jungen ich muss fahren alter weißt du standard bei mir ich würde auf deine mutter dass ich zu dir nach hause gehe und dann fernst auch aufmache digger so ja wo fangen wir rechts oder links ja ich mein wir kommen von rechts ok gut ist dann besser an der seite genau so ich habe jetzt hier noch hoch läuft bei uns läuft bei uns ich glaube einfach mal hier gechillt hoch ist dann da man das war so fand gerade hier ein multiplayer wir gelaufen hier um hier rum alter man alter beste da gibt es doch immer was zu lachen hier bei uns dann ist das super auch wenn man kopfflash explodiert rasiert alter was soll der scheiß wieso du hast mich überfahren junge ich bin gleich tot wegen dir ein bisschen aufpassen sollte man schon mein freund mehr aber ich hab dich fast geliebt ich sterb jungen die hübsche der kreuzer doppelt schwul so läuft der hase okay ich brauch schutzweste schutzweste die hol ich mir jetzt direkt mal hier läuft bei uns alter mir ist echt schwindelig ey what the fuck leute ich hab keine ich hab keine drogen genommen keine sorge genau wie er ab geht da geht er ab oh der sniperer alter der ist voll stark alter nicht mehr normal rasier den mal wotter fick deine mutter alter so down okay hat er ihn da den abgeknallt da hat er geschluckt sag ich immer wenn er wenn einer gestorben ist da hat er geschluckt alter da hat er da hat er da hat er säure geschluckt what the fuck alter wer schießt ich schieß so da wollen sie es alter alter und komm das meine ich da rush dich einer von der seite und du checkst nicht was los ist alter zum glück hab ich gut reagiert alter kann der mal sterben oder nicht steh auf du spast alter was mal kriegst du schaden ab nein lass doch alter lass den scheiß alter junge wer schießt denn da die ganze guck da kommen die von hinten da vorne hier 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 genau das sind voll die da war einer da war einer gerade noch so diesmal gehe ich mal nach oben am besten alter du hast mir das medipack geklaut du idiot alter scherz tut mir leid ja alter ich brauche es voll aber egal ich habe jetzt eh schutzweste hier wieder und schutzweste hier auch noch und dann granate per repot headshot so läuft der hasse hier so kommt gebt auf what the fuck da läuft einer weg gerade wurde ich gerade von hinten angeschossen oder was nee headshot lass danach nochmal wenn es geht wenn du noch bock hast Dings machen hier team deathmatch weil ich habe noch bock ein paar gegner zu rasieren weißt du ja das wäre auf jeden fall nice